hallöchen ich habe hier ein nintendo controller das ist auch noch ein original und der hat auch noch den stecker ich habe jetzt überall gesucht ich weiß nicht wo ich mein habe für den amiga oder c64 und ich habe im internet geguckt der sieht auch nicht mehr so schön aus wie man den hier für den amiga beziehungsweise c64 benutzen kann es geht wunderbar ich habe ja schon mal aufgemacht das sieht da drinnen so aus ich habe mir auch schon ein kabel besorgt von einem gerät geklaut da habe ich hier so ein kabel das ist sowieso schon am ende ein bisschen hinüber und hat karten fehler karten fehler nicht wahr sein so karten fehler jetzt weg weiß ich nicht hat hier am ende halt den neuen poligen einschluss und hier sind acht kabel und ich glaube ich brauche nur 7 ich werde das jetzt aber nicht so machen dass ich es komplett zerstöre ich werde hier die kabel ablöten das ist hier auch schön darauf beschrieben mit weiß orange rot braun und gelb werde ich da ablöten muss ich ablöten das ic muss ich raus löten und die kabel kommen dann hier ran plus eine brücke wo ich das jetzt hier sehe auf dem bild kann ich das so einfach dran löten ohne hier eine leiterbahn auftrennen zu müssen oder sonst irgendwas dann kann ich diesen controller für amiga benutzen ja ich weiß macht man eigentlich nicht aber irgendwas muss ich ja haben damit ich überhaupt irgendwas hat den wir jetzt mal reinigen dann und 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 soweit ich das jetzt sehen kann ist hier keine bahn oder sonst was aufgetrennt das ic hier drauf ist ein schieberegister da habe ich schon mal geguckt wie das funktionieren könnte damit aber jetzt weiß ich nicht gut ich mach das dann mal so weit fertig wir sehen uns dann gleich wieder habe ich die platine erst mal so weit draußen weiß nicht ob ich muss ich die widerstände auch raus löten gucken wir sind wiederstände drauf am ende die sehe ich jetzt hier auf dem im bild nicht das geht dahin ich gucke gerade mal nach geht darüber ja ich lasse erst mal drinnen und schau mal noch mal eine sache ausprobieren wenn ich das hier drin ist dann noch genug platz das kabel kann ja weg legen aber das ic das will ich nicht verlieren wenn ich das jetzt hier da rein setzte macht das irgendein problem macht das irgendein problem ya so lasse ah so wir mehr wir 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 es ist so hoch ich werde mal was einfallen lassen nicht dass die zähler drinnen unter bringen kann dass das nicht weg kommt und jetzt nur noch die platine reinigen controller reinigen die dinge hier alle reinigen das hier reinigen den ganzen kabel ist doch schon sehr dreckig und dann die kabel anlöten dann werden wir uns wieder sehen wenn ich soweit fertig bin so nun habe ich hier die kabel erst mal dran ich weiß nicht ob das so richtig ist die zwei das einmal 5 volt und einmal irgendein signal weiß ich jetzt nicht jetzt muss ich nur noch eine brücke machen und gucken ob das dann auch hinhaut natürlich vorher wieder zusammen bauen ich hatte eben hier ein bisschen stress war mal einer von den knöpfen so weg geflogen ist dass ich hier in anführungsstrichen meine halbe müde durchwühlen musste um den wieder zu finden der zweite knopf ich habe mich schon gereinigt aber ein bisschen haben sie schon aber hier der sieht eigentlich wieder relativ gut aus gut der lach jetzt sich irgendwie ein bisschen in asche der hier da muss ich noch einmal kurz löcher sauber machen aber sonst ist der soweit wieder ok naja naja ok dann wird mal so die seite muss ich noch sauber machen die habe ich auch vergessen egal aber das probiere ich dann nachher gleich mal aus das kabel ist jetzt auch nicht gerade das hübscheste ich versuche sauber zu kriegen und wenn das soweit klappt dann werden wir uns auf dem pc beziehungsweise auf dem amida wiedersehen wenn ich da irgendein spiel spiele mit china sisters oder akanoid oder wie das heißt das so eine sache wo sie noch ansprechen bei dem hier ist mir erst mal aufgefallen der eine ist ja eingerissen das wird aber nur der eine knopf sein den ich da benutze ich hoffe das funktioniert so wenn ich den jetzt hier nur ja es funktioniert werden wir mal gucken das ist bloß der eine knopf der dann für springen wäre mal schauen 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 wir mal ich versuche mal die seite wo ich das her habe zu verlinken ja geht nicht ich habe jetzt gerade ein pc absturz gehabt das muss ich dann noch mal muss ich noch mal raussuchen ob ich das finde wo ich das her habe aber das müsste jetzt so passen und wie gesagt wir sehen uns dann wieder wenn ich dann soweit fertig bin und dann auf ein amiga wenn es dann hingehauen hat wenn jetzt nichts weiter kommt ja dann hat es nicht hingehauen da muss ich noch mal suchen da würde ich ein update machen gut ich hoffe mal wir sehen uns nachher gleich wieder so läuft jetzt hier gerade ohne ton weil ich habe jetzt hier gerade kein ich habe keinen ton irgendwie kein ton naja aber zumindest funktioniert es jetzt lädt er noch mal ich habe keinen ton das funktioniert also ich kann ich kann spielen ich habe schon so lange nicht mehr gespielt aber ich kann spielen und dafür dass das ein rf ausgang ist ist das bild top also da muss ich sagen ist das bild echt top gut aber es funktioniert ich habe jetzt bloß hat kein ton hier über den rf ausgang ich weiß gar nicht ob hier überhaupt ein ton rauskommen kann kann sein dass das hier an dem rf ausgang nicht hinten am schalter ich habe hier kein stern jutsu mono adapter ich habe hier kein da kommt jetzt auf dem anderen Kanal raus jetzt auf dem anderen das ist glaube ich jetzt gerade der linke Kanal der 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 Das war's für heute. Ja, Autsch. Na, ist egal. Das soll's jetzt gewesen sein. Also Ton kommt doch noch. Ja, plus hat kein Change-Kabel, wo das passt. Und, Controller geht, wunderbar. Jetzt kann ich auch wieder spielen. Ich hab zwar einen, aber ich weiß nicht, wo der geblieben ist. Ich hab schon mal einen anderen umgebaut gehabt. Nicht jetzt Nintendo, sondern irgendeinen komischen. Aber ich weiß nicht, wo ich den hab. Den find ich nicht. Gut, aber dann, danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Video.